So, ihr seht schon, ich bin schon wieder da, aber jetzt erstmal nur videotechnisch. Ich werde auch jetzt live gehen auf Twitch, also wer Bock hat, einfach vorbeischauen. Immer noch Kart 8, 6. Nein, ich spiele immer noch kein Fortnite. Ich bin einfach zur Zeit einfach ein bisschen zu langweilig. Ich habe Bock, mit euch Mario Kart zu spielen. Macht auch einfach ungemein viel Spaß. Wer Bock hat, kommt einfach vorbei. Ihr werdet auf jeden Fall was verpassen und in dem Sinne, haut rein.